Herzlich Willkommen zurück zum Lernzyklus über zusammengesetzte Körper. Schön, dass du noch mehr darüber wissen möchtest. Wir begeben uns jetzt ein bisschen tiefer in die Materie und erkunden Orte, in denen das Volumen im Alltag eine große Rolle spielt. Komm, mach mit mir mit! In den Basic-Videos wirst du das Volumen zusammengesetzter Körper berechnen. Dabei wird deine Kreativität gefragt sein, denn du wirst heute wahrlich Körper zerschneiden. Aber keine Sorge, ein Messer benötigst du dazu nicht und auch keine Schere, sondern nur deine Vorstellungskraft. Nachdem du das Intro-Video gesehen hast, kennst du schon wichtige Begriffe und die Grundidee von der Berechnung des Volumens zusammengesetzter Körper. Du kannst dann sicher die Begriffe zusammengesetzter Körper sowie Teilkörper voneinander gut unterscheiden. Denk zurück an die Eiswürfel und die Skulpturen, die wir behandelt haben. Vielleicht hast du auch selbst eine gebaut. Wenn du dich in deiner Umgebung umschaust, wirst du bemerken, dass ein zusammengesetzter Körper nicht unbedingt aus Würfeln bestehen muss. Überzeuge dich davon und halte das Video dazu an. Du kannst das Volumen solcher Objekte aber auf die gleiche Weise berechnen, wie du es bei den Eiskulpturen gemacht hast. Das schauen wir uns jetzt in einer Aufgabe an. Eine große Menge Getreide soll mit einem Schiff vom Hafen Freudner über die Donau transportiert werden. Dafür steht folgender Container zur Verfügung. Welches Volumen an Getreidekörnern kann mit diesem transportiert werden, wenn er vollständig gefüllt werden soll? Gibt das Ergebnis in Kubikmeter und in Liter an. Fokussieren wir uns zunächst nur auf das Wesentliche, das wir für die Antwort benötigen. Aus welchen geometrischen Objekten besteht der Container, also der zusammengesetzte Körper? Woraus setzt sich dessen Volumen zusammen? Zeige auf jedes einzelne Objekt mit einem Finger und stoppe dazu das Video. Und, hast du eine Antwort gefunden? Der Container lässt sich zum Beispiel in zwei unterschiedlich große Quader zerlegen, wie als würde man diesen an den passenden Flächen zerschneiden. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit. Neben Variante A könntest du den Container auch in drei gleich große Quader unterteilen, wie du es hier in Variante B siehst. Es gibt auch noch eine Vielzahl anderer Möglichkeiten, wir belassen es aber bei diesen beiden. Wie du das Gesamtvolumen erhältst, weißt du bereits. Du musst die Teilvolumen der einzelnen Körper addieren. Für welche Möglichkeit du dich entscheidest, hängt davon ab, welche Informationen du in der Angabe gegeben hast. In diesem Fall sind folgende Längen bekannt. Nun bist du an der Reihe. Suche dir eine der beiden Varianten aus und versuche, das gesuchte Gesamtvolumen der Getreidekörner sowohl in Kubikmeter als auch in Liter zu berechnen. Führe deine Berechnungen auf einem Zettel durch und pausiere das Video. Klicke erst auf Weiter, wenn du entweder fertig bist oder einen Tipp für den nächsten Schritt benötigst. Ich habe mich zunächst für die Variante A entschieden. Aus der Skizze erkennst du, dass der kleinere Quader 10 Meter lang ist. Er ist 6 Meter breit, weil er bis zur Mitte des unteren Quaders reicht. Und er ist 3 Meter hoch, denn 6 Meter ist die ganze Höhe, doch du erkennst sicher, dass der obere und der untere Quader gleich hoch sind. Somit beträgt dessen Volumen V1 10 mal 6 mal 3, also 180 Kubikmeter. Der größere Quader ist 10 Meter lang, 12 Meter breit und 3 Meter hoch. Somit hat er ein Volumen V2 von 10 mal 12 mal 3, also 360 Kubikmeter. Das Gesamtvolumen besteht aus der Summe der Teilvolumen V1 und V2. 180 plus 360 ergibt 540 Kubikmeter. Falls dieses Ergebnis mit deinem übereinstimmt, dann hast du super gearbeitet. Falls nicht, dann halte das Video kurz an, um die einzelnen Rechnungen zu überprüfen. Lass uns gemeinsam auch Variante B zur Berechnung des Volumens besprechen. Vielleicht hast du ja diese gewählt. Du teilst den zusammengesetzten Körper in 3 gleich große Quader. Ein Quader ist 10 Meter lang, 6 Meter breit und 3 Meter hoch. Das ergibt ein Volumen V1 von 10 mal 6 mal 3, also 180 Kubikmeter. Und weil es 3 gleich große Quader sind, ist das Gesamtvolumen das Dreifache davon und beträgt wieder 540 Kubikmeter. Du hast sicher bemerkt, dass beide Möglichkeiten natürlich zum selben Gesamtvolumen führen. Das sind umgerechnet 540.000 Kubikmeter und somit 540.000 Liter an Getreidekörnern, welche im Container über die Donau transportiert werden können. Wie viel das wirklich ist, lässt sich nur schwer vorstellen. Mit dieser Menge an Getreidekörnern könntest du zum Beispiel etwa 35 Kühe ein ganzes Jahr lang satt machen. Gar nicht wenig, oder? Super, wir haben es geschafft. Denke in Zukunft also immer daran. Meistens gibt es verschiedene Möglichkeiten, einen Körper zu zerlegen. Wie du den Körper teilst, hängt von der Aufgabenstellung ab. Oft ist eine Art auch leichter als die andere. Folge mir doch ins nächste Video, das uns vom Frachthafen weiter zum Skateplatz führt. Bis gleich!